Hallo, schön, dass du uns zuhörst. Sehnst du dich auch nach echten Perspektiven anstelle der oft belastenden Nachrichten? Dann haben wir ein tolles Angebot für dich. Unseren unabhängigen, konstruktiven Journalismus inklusive unserer guten Nachrichten der Woche kannst du jetzt im ersten Jahr für weniger als einen Euro pro Woche abonnieren. Schau mal auf unserer Seite perspective-daily.de vorbei. Alle Infos findest du in den Shownotes. Danke für deine Unterstützung. Und jetzt geht es los. UNESCO erklärt den Hebammenberuf zum immateriellen Kulturerbe. Hebammen begleiten seit Jahrtausenden Menschen ins Leben. Jetzt wurden sie dafür gewürdigt. Das sollte ein Anlass sein, bessere Bedingungen für den Beruf zu schaffen. Eine gute Nachricht von Lara Malberger. Gelesen von Benjamin Fuchs Der erste Atemzug ist ein großes Ereignis im Leben eines Menschen. Möglich wird dieser, logischerweise, aber erst durch die Geburt. Seit Jahrtausenden begleiten Hebammen Menschen überall auf der Welt in diesen ersten prägenden Momenten und der Zeit danach. Das Wissen darüber ist ein Vermächtnis, das jetzt von der UNESCO offiziell zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit ernannt wurde. An dem Antrag, das Hebammenwesen zum Kulturerbe zu ernennen, beteiligten sich insgesamt acht Staaten. Deutschland, Kirgizistan, Kolumbien, Luxemburg, Nigeria, Slowenien, Togo und Zypern. In der offiziellen Mitteilung der UNESCO heißt es zu der Entscheidung, Die UN-Organisation würdigt damit die weltweite kulturelle Vielfalt, die sich in der Praktik widerspiegelt. Das grundlegende Wissen und Können von Hebammen gleicht sich auf der ganzen Welt, weist aber je nach Erdteil viele regionale und kulturelle Besonderheiten auf. Auch wenn die Würdigung des Berufes erstmal eine gute Nachricht ist, Hebammen haben mit vielen Problemen zu kämpfen, besonders wenn es um die Rahmenbedingungen des Jobs geht. Die Arbeitsbelastung ist hoch, die Bezahlung mäßig und Hebammen dementsprechend rar. Besonders in größeren Städten sind Geburtsstationen zunehmend überlastet und weil immer mehr Krankenhäuser ihre Stationen schließen, spitzt sich die Situation zu. Aufmerksamkeit für den Berufsstand und seine Probleme ist also dringend nötig und die UNESCO-Meldung ein Anlass, darüber zu sprechen. Eine Möglichkeit bietet sich im Januar. Dann wollen sich Bund und Länder auf einen gemeinsamen Entwurf der geplanten Krankenhausreform einigen. Wenn du jetzt Lust auf noch mehr konstruktiven, unabhängigen und werbefreien Journalismus bekommen hast, schau auf www.perspective-daily.de vorbei und teste uns zwei Wochen gratis. Mehr Infos findest du auf unserer Website und hier in den Shownotes. Bis bald bei PD. D D Untertitelung des ZDF, 2020